Jetzt wollte ich moin moin sagen. Jo, ihr krasse Mütter im geilen Tütchen, der Benzel hier. Wir spielen eine Runde Minecraft Multiplayer mit Kula immer noch. Und ich soll jetzt runter in die Höhle und für Kula irgendwas holen, deswegen sollte... ...sollte jetzt irgendwo hier was zu essen liegen, weil sonst geh ich nicht. Äh, 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 ein Geist kommt. Er ist auch nicht fast, der ist auch. Äh, ein Geist kommt, ein Geist kommt, ein Geist kommt. Er, er sagt, er hat mir gesagt, okay, vor der Tür liegt was, okay, was der damit nur meint. Ich hoffe, er ist ein Ofenkartoffeln. Bin ich gut oder bin ich gut? Vor deiner Tür? Nein, vor deiner. Ja. Hä, was denn nu? Hey, du hast die doch schon längst. Ach so, sagt das doch. Ich hab das nicht mitbekommen, ich hab mir noch ein paar aus dem Ofen gemobst. Leg die brav wieder an meine Küste. Nein, ich geh jetzt für dich aus dem Farm. Ich geh jetzt gar nicht zurück. Ich fahr mir ja auch gerade was, ja? Oh, nicht so hart. Moment, das ist deutlich langweiliger. Das kann's von mir aus ruhig sein. Das ist verdient. Ich hab schon 25 Level. Ich hab 15. Darf ich dich mal einmal töten? Da war ein Enderman. Jetzt ist der Enderman weg. Aber da ist ein Zombie. Hey. Zombie tot. Wie auch immer du gerade geschossen hast, du kleiner Penner. Irgendwo da ist noch ein Zombie. Weißt du was, ich lass die Zombies jetzt hier in einem Raum, ich lass die Zombies jetzt einfach spawnen. Wenn ich dann wiederkomme, will ich, dass ich sie alle töte. Ich will das einfach. Ich bin aber auch unter uns gewesen. Na, ist ja jetzt auch egal. Wir suchen jetzt diese Höhle, in der wir schon ganz, ganz oft waren. Die ich jetzt nicht finde, weil, wegen, weil, warum ist so? Wo sind meine ganzen Ofenkartoffeln? Äh, genau da, wo sie jetzt sein sollten. Wo sind sie? Bei dir oder was? Ja, bei mir. Ich hab dir dafür Hamlet reingelegt. Ah! Ich hab dir dafür Hamlet reingelegt. Wie viele waren das? Ich glaub acht. So viele? Ja. Wieso, wie soll ich sie wieder kriegen, Mann? Ich hab dir Hamletfleisch reingelegt. 13 Stück. Alter Junge, heute großzügig. Mann, Mann, Mann. Oh, mein Gott! Ja! Mann, Mann! Vor allen Dingen, ich hätte mich ja gemutzt, wäre ich eher. Ja, ne? Ich auch. Ich finde, so musste ich. Ja, ist es auch. Aber ich, kaum ist ja nicht da. Ich quatsche wieder wieder an. Ja. Das, äh, ist okay. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ja. Das ist das, was ich hab' dir gemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich hab' dir gemacht. Ja, ich hab' dir nicht gesagt. Ja, ich hab' dir nicht gesagt. Also, immer wenn du da... Cola hat angefangen, ich war's durch. Rage Grid! Was hab' ich gemacht? Was hat er? Ich höre gerade Rage Musik. Ich pass das alles gut. Deswegen weil... Weil meine Mutter auf den Keks geht. Die ist einsam wie gespawnt. Yeah! Gold! 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 Ich wollte euch glauben, ich könnte mir echt mal reflektieren und uns da dran machen. Ich habe eine Schlucht. Super! Nö, die ist ziemlich langweilig. Aber ich habe einen Emerald! Ich könnte mir schnell ins End gehen und den Ende drehen. Das schaffst du nicht. Äh, was? Äh, 1st 2, ne? Das schaffst du nicht. Natürlich, wir brauchen schon die Ausrüstung. Und ich gehe da mit einem... Voll schwer. Ja, nur mit einem Stock. Okay. Na gut, einen Stock kann man ziemlich imbar machen. Wenn man Cheats dann hat. Flash Game Mode 2000. Den Game Mode 2000 habe ich... Ich könnte echt gut Gold gebrauchen. Tja. Rate mal wer ein bisschen was gefunden hat. Und wo schon wieder ein Emerald lagert hier. Ja. Also, Emerald finde ich am laufenden Band. Warte mal, wie wollte ich den Sitz machen? Der Sitz sollte werden. Ich weiß nicht, wie teuer ist ein Dunstviech. Eisen lassen wir jetzt mal erst mal offen. Einmal wollte ich so einen Sitz... Geh mal rüber in den anderen Teil, der schlugt. Nimm's da mal ein bisschen rum. Oh, Nazis brauche ich jetzt. Ich brauche Nazis? Hast du auch verstanden, oder? Ja. Ja. Ich brauche wieder Nazis. Ich brauche wieder meine Kollegen, weißt. Nee, äh, wie in Manschkin. Nazi-Schlachten. Steige eine Stufe auf. Jedes Spiel wird umso besser, wenn du ein paar Nazi-Schlachtest. Kennst du die Karte noch? Ja. Das war mit einer der Kurzen. Das Problem ist, jetzt habe ich voll die Arschkarte. Was ist das denn da? Mein Thron, der muss jetzt nicht ein Brett, sondern zwei Brett werden. Ja, ich werde jetzt noch ein fetter König sein. Oh ja, das war so. Okay, hier steht, glaube ich, ein Zombie hinter der Wand. Ja, und zwar genau hinter der Wand. Brauche ich nicht gut. Mein Gehör ist ausgeweitet. Das war es nicht, dein Gehör, du. Gehör. Das war einfach nur was. Das sagt jeder. Jetzt sind jetzt hier outside the door ein paar Zombies. Okay. Ich mache jetzt Jesus-Mode, warte. Ich, genau. Vielleicht spawnen wir hier 3.000 Zombies. Die Werte geben die Meister-Erfahrung, ne? Was? Was gibt denn die Meister-Erfahrung? Äh, dann müsste ich jetzt das Handbuch suchen, das direkt neben mir liegen. Wo hoffe ich jetzt aber keinen Bock habe zu gucken. Ich kann halt Kohle nicht erfolgen. Hm. Wenn nicht, jetzt steht der Ends nach unten. Hm. Wir buddeln uns jetzt einfach mal durch diese Wand hier in der Höhle. Wir finden bestimmt irgendwas. Nach 3.000 Metern. Hey, da ist Kohle. Auf welcher Ebene bist du? Jetzt 2. Äh, 730? Minus 7. Ich bin jetzt auf Ebene 28 noch. Ich schraube mich jetzt aber erst mal Spray durch die Wand. Weil ich hoffe, dass ich hier noch eine tiefe Röhle finde. Weil ich nicht Strip-Miner. Außer nach Höhlen. Darf ich? Nein. Sag mal, jetzt bleibt das schon wieder hier. Ich kann keine Kohle abbauen. Weißt du was? Ich benutze einfach unseren neuen Cobblestone-Generator. Wofür? Und noch ein bisschen Cobblestone. Weißt du, wenn es irgendwie eine Maschine geben würde, die 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 Kohle verdichten würde? Weil Diamant ist ja nichts anderes als verdichtete Kohle. Das wäre geil. Hätten wir Diamanten am Masten? Ja. Das ist Chemie für Anfänger. Leute, wirklich. Wir machen hier noch Chemie-Unterricht nebenbei. Ich bin raus. Tschüss. für hat man bei 8 Minuten hat er ist vor Ort wer hat die Werbe Höhle gefunden und das war wenig Zeit gegraben hier um die Spalt aus lauern das war jetzt aber kein Wunsch, das ich gerade gehört habe, das war im Lied, ja? ich will das nochmal bestätigt haben, das war jetzt kein Wunsch Diamant, Diamant einer zwei, drei, vier, fünf Lapislazuli sechs, sieben ne, sechs sieben nein, sechs, dreizehn irgendwas und 24 aber jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal den Mob spawnraum also ich habe jetzt schon mal zumindest die Diamanten die du brauchst, um eine reichere Hacke zu machen ja? ja fünf Stück habe ich jetzt das würde ja wohl reichen für eine Hacke ey, das ist ja genauso gut wie ich ja komm, die kommen ja auch fast immer nur in fünfer Dingern vor ja, das ist es wahr, ne? traurig traurig, aber wahr sechster wären viel cooler und alter bau dich absteigen das ist einfach ziemlich bekannt du kannst die hochkommen, aber durch die mehr Diamanten, ne? ah, die klappt dann okay, jetzt bin ich wieder friedlich gestimmt, ich höre, habe ich meine Augen das wird sterben, ne? ich fühle mich richtig doof, ne? ne, geht gerade dieses Kistengeräusch richtig aus dem Piss hey, hier ist eine neue Schlucht fast zu phantom gepunkt alter, ich glaube, ich habe mich nicht spinnen oh, no! NEEIN! NEEIN! oh, Gott Obersteuer ist nett was fuck oh, bitte sag mir, dass du tot bist scheiße scheiße wieso? ach man, er hat's bemerkt haha ich dachte, er wäre jetzt wirklich rage und so weiter ja, aber am Anfang hat es mir abgezogen, ja? ja das finde ich gut ich habe mir so gedacht, okay, jetzt ist der Moment oh, dann hast du, dann habe ich so gelesen der Bändel in eckigen Klammern guck mal, hätte das so gesagt ich weiß, ich weiß das hat Hardy einmal abgezogen ich wollte das auch mal probieren, ob das bei dir klappt ja, am Anfang hat es geklappt bei Hardy hat es länger gehalten so muss das verstehen ja, mit einem Sternchen sehe ich aber auch, dass du das warst ja, aber was glaubst du eher wenn das in eckigen Klammern ist und denn da doppelt steht der Bändel, der Bändelwurst wird voll na, in eckigen Klammern, natürlich so, wir kommen uns jetzt weiter in die Richtung das hat ja da eben gut geklappt das macht doch mal du meinst du verarschen, oder was? was? also, ich bin ehrlich, hätte das jetzt nicht erkannt, ne? hättest mich wahrscheinlich geklappt ne äh, leg erst so drei Sekunden an und dann fällt mir so auf ja und ich habe keine Schlucht mit Mini-Spinnen gefunden wäre aber auch zu schön gewesen weißt du? vor allem, wir haben ja schon da jetzt seit einer oder zwei Folgen Schweine, ne? mhm und wie ich es einfach noch nicht einmal gepaart habe oh mein Gott mach figgi figgi schweini ok so jedes mal wenn wir jetzt auf Rohstoffe stoßen nehmen wir sie mit und kramen uns dabei so tief wie irgend möglich halt durch die Rohstoffe durch und kramen uns dann auf der Ebene weiter oh Bau ab! Minecraft ja auf jeden Fall kann man jetzt schon mal ordentlich in meine Burg reingehen das ist die lichtfältische Stimme auch schon langsam das ist die lichtfältige Stimme hast du auch Energie sparen hast du inzwischen auch schon Wasser wieder? äh ich weiß nicht deine festung sage jetzt mal erinnert mich voll an ein Tempel soll ja auch ein Tempel werden keine festung geworst ich habe so oft gesagt Alter ich fange jetzt mit dem Tempel an ich fange mit dem Tempel an ich fange mit dem Tempel an weiss grad gedicht weiss grad gedicht so hört Kohler zu so hört Kohler immer zu genauso wie ich gesagt habe bau dich nicht durch mein Haus das ist eine Woche her wenn du dich nicht mal an das neue Projekt erinnern kannst ich schade ja ne das weiß ich aber wirklich nicht mehr vermutlich war es einfach kein Fakt wo ich mir gedacht habe ok die musst du dir jetzt zwingend merken Das Projekt kommt übrigens auch morgen, schätze ich mal, weil ich hab schon ne Folge, die lief voll gut. Vor allem, ich hab hast du eigentlich auf Skype gelesen, was ich dir geschrieben habe? Es war heute früh. Da hab ich nämlich gesehen, es kommt nur 999, hab mir gedacht, ich hab' ich ja noch. Äh, du brauchst, äh, ich brauchst, äh, du brauchst dazu noch Countess to Ex-Source. Ja, ne, das war mit bei, das war aber, ah, ne, das war mit 22, ja, okay. Weil, äh, sonst hast du nicht alle Texturen. Also nur noch zocken, das könntest du gleich mit dem Abend machen. Wenn ich denn das geht, zocken. Was? Denk ich denn, das Geld hätte. Ich hab 3, wenn du das brauchst. Nein, ich hab 22, äh, 22 brauch ich und ich brauch 3, äh, ich hab 13. Wieso hast du noch kein Flo wahrscheinlich? Wieso the fuck bist du schon Level 3 auf dem Steam-Dings? Wieso the fuck nicht? Junge, ich zocke. Ja, ja. Die werden wir. Wie so. Wir sind auf Höhe 23, ich hab' uns hier einfach mal weiter durch die Wand. Das ist kein Sprüff mehr, nein. Kann man eigentlich... in der Wieschenkuss dann haben wir auch schon unser epischen Thron fertig auch Gold übrigens mein Kumpel der hat so ein bisschen Programmiertechnik drauf Shade 1 guck mal ob ich den irgendwie mal gefragt kriegt bei mir auch Shade 1 ja komm ich lehre jetzt auch programmieren und die ganze Kacke jahre im Moment gibt es doch weiß Michael vor allem ist jetzt nicht wirklich kompliziert weil es über jahre dann ja war ich scheiße aber jetzt ist es jetzt ja ich jetzt die Positivität jetzt haben wir nicht aus das ist ja so dass ich jetzt in die Festung ja ich ziehe es um so dann weißt du wo ich dann nachher wohne Scheiße so wie wir haben uns eigentlich gedacht du kannst nicht mitmachen also ja sein together äh muss ich mir überlegen du warst ja nicht derjenige der mir die ganze Zeit die Kisten gegriebt hat nicht wahr mein lieber Freund das war ein anderer übrigens die Folgen habe ich übrigens nie veröffentlicht und die werden auch niemals veröffentlicht das war boah war ich da sauer aber das hat man auch gemerkt es hat mich angekotzt ja jetzt sei mal ehrlich ich würde sagen wir mal ihr spielt auf einer Map seid übelst geil mit euren Kumpels drauf und einmal seht ihr nur einfach alles was von euch zerstört ist es ist nicht zerschnürt gewesen mein Haus war nachher abgebaut zum Teil ja ich war das so geil ich nicht zerstört war nur auf dem Bau ja übrigens wenn du koppelst und haben willst ich hab jetzt 5 Stacks etwa super super Einstellung für dich das schon mal boah wie eine Werkbank meine Kisten muss ich auch bald alle rüber transportieren das sind nicht nur deine Kisten also was da drin ist ist nicht nur deins es wird ehrlich und fair geteilt außerdem sollte das dort das Lagerhaus bleiben dachte ich ja stimmt ja dann lass doch die Kisten da nö ach nein Kisten werde ich natürlich auch bei mir hinstellen aber jetzt können die auch und damit kann ich ja mal gleich anfangen wir haben ja auch die okay ich hab mich mitten unter eine Höhle gegraben und sie ist groß und ich hab keine Eisenhacke mehr verdammte Scheiße ich könnte mir jetzt natürlich einen Ofen machen und schneiden Brötzeln mach das weil hier ein Emerald liegt wieder hab ich nicht zwingend Bock den allein zu lassen okay safe room bei meinen Trun ne sie selber so richtig schnell lassen bei einer Doppeltruhe baue ich einfach beide Kisten gleichzeitig ab also sieht das aus ist aber nicht so ne ist das sinnlos und wir haben ihn schon wieder oh 19 Minuten 13 Minuten na komm heul nicht wir haben die ganze Woche Zeit zum Hochladen hm okay schmeißen wir schnell den Ofen an ach so Leute ich weiß nicht ob ihr das mitkriegt der Payday ist grad kostenlos äh ne mhm ja ich bin auch nicht so der Payday doch Gott bin ich bescheuert natürlich hab ich Eisen dabei jetzt hab ich einen Ofen toll jetzt kann ich mir einen Ofen ins Inventar stecken ich bin so zugeklumpen mit Scheiße jetzt und warum hab ich jetzt mein Dings Crafting Table abgebaut ohhhh man ey und es geht völlig weiter so komm schmeiß die scheiß Steinhacke weg ich brauch doch keine Sau ne ach jetzt hab ich sie wieder eingesammelt ist ja klar ich schmeiß da hin in den Kappes learn to play with Enzel so never search such jetzt ja ist gut auch wenn learn to play eigentlich ne Bleidigung ist ja ist gut ja es ist learn to play with Enzel ja das ist das ist ja wohl als könnte ich Tutorials machen wieso einfach nur so ich hab ja meinen Brun ja ich laufe grad zurück wenn es aus meiner Burg auf da falle ich da rein Alter alles wird laut ich denke scheiße ohhhh okay aufpassen was hier nicht kommt ja Benjamin Blümchen hat wieder zugeschlagen es war gerade dieses Tröten nein ich hab Diamanten gefunden oh was ja ein Ender Dragon wird hier bestimmt irgendwo rumfliegen genau und nochmal vier Diamantos dazu und Gold und Emirate nur noch überlegen wie ich das mit meinem Betten oh das die die äh das Gold für solltest du aber nicht in den Thron verschwenden wie du es jetzt wahrscheinlich vorhattest vermutlich mal was na du wolltest dir doch einen Thron bauen denk ich du King ja ne lass das lass das mal lieber lass uns mal lieber dann ein Dings bauen äh Schienen damit diese Gold Schienen ja kommen wir schneller von A nach B und wieder zurück mhm aber nur dabei ist es klasse wir machen das nicht über der Welt sondern unter wie bei was naja sondern nicht im Übergrund sondern eher so im Untergrund das sah doch bei mir eigentlich ganz nett aus mit dem Bahnhof oder was mein alter Bahnhof sah doch eigentlich ganz nett aus ja trotzdem aber ich hab keinen Bock dass überall in der Luft weil meistens ist es dann so dass man nicht nicht baut ne Max halt die Klappe er soll immer noch nicht alles weg machen was nicht alles weg und das ist jetzt das ist jetzt gemein das ist jetzt ein Insider den ich nicht verstehe ok jetzt weiß ich wie sich wie sich mein Bruder immer fühlt ok äh den da das darf ich dir jetzt auf jeden Fall erklären ganz 22 Minuten Warte ganz kurz nächste Folge hau hau alter ich erst die gar einen Ort schön bevor